hey leute willkommen zurück bei mir auf dem channel und es ist zeit zeit für ein event wieder mal ich habe ja in letzter zeit sehr viele events genutzt und heute ist wieder mal smash and win smash and win funktioniert wie folgt man kann hier oben einen von den drei lustigen eiern anklicken der zerbricht und dann gibt es was zum gewinnen helden level 5 talent karten was auch immer also viele viele verschiedene sachen wie das ganze funktioniert also 1400 gekaufte games kann man ein ei öffnen so und ihr seht ich habe 29 versuche frei und hoffe auf gute ausbeute auf gute viele level 5 talent karten weil die letzten male habe ich auch mit den level 5 talent karten nur mist gekriegt und dann würde ich mal behaupten wir starten so wie immer mit dem etwas verschlagen und reinblickenden ei und sagen ok 40 schatz ist brauchbar eine orck karte ok der zweite versuch der erste held fängt ja schon mal gut an die letzten male war auch immer so um die 50 prozent zwischen 40 und 50 prozent der ausbeute hin und wieder auch 70 prozent an helden aber das kann man ja nicht immer haben und das soll man auch ja nicht immer haben weil sonst würde man ja nur das event einmal machen und hätte schon ausgesorgt so 100 games 1000 so also der mittlere ich weiß nicht warum aber so schwein so ein drittel haben wir erledigt so eine crest 4 gut dann brauche ich noch einmal eins dann hätte ich wieder ein komplettes set so spuck aus an netten helden oder level 5 talent karten mal tanika mein keine ahnung wie viel der multanika karten ist gerade war aber es ist nicht unbedingt schön so also zwei drittel hammer zwei helden karten waren und eine brauchbare rune so also ich hätte jetzt gern noch eine rune level 1 wenn es geht nicht level 1 sondern rune 1 oder 1 karl night oder einfach gar nichts so spuck 100 games komm die letzten 500 unter haufen schatz der dritte hält was ist das level 2 na level 2 habe ich viel zu viele und gefällt mir überhaupt nicht gefällt mir überhaupt nicht also irgendwo irgendwo habe ich was gerade über sägen fällt mir gerade auf so und zwar habe ich da habe ich da aber leider leider hat es nichts gegeben mal da habe ich gehabt oder und einmal den baum ja leider leider war es das schon wieder mit dem eier schlagen leider wieder kein level 5 talent karten ich hoffe es hat euch trotzdem spaß gemacht und ich werde jetzt auf alle fälle noch ein paar games verrollen weil dann kann ich wenigstens noch ein paar truhen öffnen vielleicht ist ja dort was brauchbares dabei und vergesst nicht den channel zu abonnieren und hinterlasst mir ein like und dann